Weißt du woran du merkst, dass du alt wirst? Wenn du mehr als 100 Euro in der Apotheke ausgeben musst, um deinen Kadaver zu sanieren. Hier nehmen wir die Plöcke. iPhone 20. Musik haben wir auch keine, ist doch alles scheiße, Justin. Was machst du denn hier wieder? Bist du überfordert? Vielleicht. Hast du schon erzählt, wo wir hinfahren? Nee, ich kann auch jetzt gerade den Fokus nicht verändern, weil... Ja, also hier, wunderschöne Cap, quasi ganz frisch eingetroffen. Ist aber nur ein Prototyp, deswegen gibt's noch nicht zu kaufen. Aber bald, wir sagen euch Bescheid, wir fahren jetzt gerade zum Nürburgring. Schneid doch mal raus. Wir fahren jetzt gerade irgendwo hin. Ja? Zeigen wir euch nicht schon mit, wo? Was ist das denn für einer hier, ey? Das wissen die Leute gar nicht, ne? Mit dem Mittwoch und Freitag. Ne, ist doch besser so. So, sind wir hier live aus der Startausstunde. Ah ne, ist ja nicht live. Ist ja schon Mittwoch. Oder Freitag? Warte. Ist ja schon Mittwoch. Ist ja schon Freitag. Ähm, ja. Also, wir sind jetzt auf dem Weg dahin, wo, wo es ernst wird. Ähm, und zwar, wir, also, Jean-Pierre und Lukas und ich, haben gesagt, 24-Stunden-Rennen ist für uns auf jeden Fall mega wichtig, weil das einfach, das Ultra-Event ist, ne? Brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Wir wollen gerne dabei sein. Wir wollen gerne fahren. Wir wollen gerne für euch da sein und so und euch auch da mit auf die Reise nehmen. Ähm, haben dann aber entschlossen, dass es keinen Sinn macht, beziehungsweise, dass es einfach nicht umsetzbar ist, ähm, das selbst zu tun, ne? Also, keine Chance, das Auto von Most nach Hause zu bringen, komplett umzubauen, teilweise zu revidieren, und so weiter, um zu folieren, und, 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 um dann pünktlich beim 24-Stunden-Rennen zu stehen. Das kriegen wir nicht hin. Ja, das ist uns für Jahr 1 einfach viel zu krass, ähm, und deswegen haben wir uns mit Freunden zusammengetan, und da fahren wir jetzt hin. Und dann erzählen wir mit. Ja, tschüss. Bis gleich. Justin ist gut jetzt. Ja. Ich wusste es, dass es kommt. Ich wusste nur nicht wann. Sorry, Dude. Den Opa haben wir abgeschossen, ne? Schön hinten links auf die Ecke gefahren, ey. Hochkant in der Brerie geparkt. Ja, ja, warte, meister. Das war folgendermaßen, ja? Der Mann ist mir quasi hinten auf das Fahrzeug aufgefahren, und dann bin ich durch den, durch den Hieb, den man hier verpasst, abgebohren, ja, und als ich wach geworden bin, ich stand, ich würde den Koffer hier hochkant im Gemüse. So, liebe Freunde, da sind wir. Parken wir erst mal zu hier den Kollegen. Der Adam ist nämlich so einer, der macht immer früh Feierabend. Der Lua, ey, will da eine große Fresse, weißt du? Warum? Da haben wir gerade eine WhatsApp geschrieben. Rechts ist Gas. So, liebe Freunde, wir sind da, und wo wir sind, zeigen wir euch jetzt. So, guckt mal. Schön. Weiß ich auch, warum das so teuer ist, immer bei Gatsby, weil der für 10.000 Euro hier ein paar Sofas rumstehen hat. Ach, ich glaub's nicht. Glaub mich. Weiß Gott. Du hast doch die Haare am Brennen, Junge. Das ist ja mit dem die in Ordnung, eigentlich. Der ist ein Typ. Hier ist schon wieder was am Fressen. Der Lua, der den ganzen Tag immer nur am See rumliegt, weißt du, der ist jetzt wieder übermotiviert. Du musst auch auf so einem blöden Simulator rumspielen. Von mir ist das nur scheiße. Ab 300 Gramm wird undeutlich. Da hab ich mir was angetan, ey. Guck mal, jetzt liegt er aber vorteilhaft hier. Hat er gar nicht mehr so eine fette Plauze, wie in Wirklichkeit. Guck mal, jetzt pusten's. Ey, das ist so ein Arsch, der Typ, ne? Guck mal. Ach, du Sack, ey. Übern Termin? Wie war's denn? Ja, ne, ist alles gut. War vorher schon alles gut. Wir haben ein bisschen so Details besprochen, wo wir was hinmachen, weil unsere lieben Freunde von Elton sind ja auch mit dabei. Die helfen uns, die unterstützen uns. Ja, grüße deinen alten. Kann da aber gar nicht nach rein, ne? Ich wollt grad sagen, der Sitz ist bisschen schmack. Da kommst du gerne rein. Henn, 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 henn. Der ist wunderschön und ich bin ja hässlich. Sag mal, was stimmt denn bei dir? Ist die Kappe zu eng oder was? Ihr seht, auch hier ist die Stimmung gut. Ja, also wir fahren, wie gesagt, bei unserem Freund Adam dieses Jahr 24 Stundenrennen. Vodafone ist mit dabei als Sponsor und natürlich auch Elton. Und jetzt haben wir gerade überlegt, wie können wir was designen und machen und tun und wo kommt was hin. Wird schönes Auto. Wird sehr, sehr schön. Und ja, ich freu mich. Wird geil. Wir erzählen gleich noch ein bisschen mehr, zeigen euch noch das Auto und so weiter. Wahrscheinlich fährt er sich jetzt die Beine ab im Simulator und dann können wir eh nicht starten. So einen baue ich zuhause. Kriegst du einen für zuhause, Papa? Nein. Och Mann, oh, ich will aber. Justin zeigt euch jetzt mal ein bisschen die Bude, was hier so rumsteht. Und ich warte, bis Lazy Lure fertig ist mit Spielen. B QUESTION ad und kurz zu immer. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020